Und dann Moinsen zum dritten Teil des Dreiteilers hier, des Audio-Dreiteilers, Podcast-Dreiteilers, wie auch immer. Erster Part, zumindest für mich in meinen Gedanken, waren die Protestaktionen, der zweite Part, die VfB-News. Jetzt kommen wir noch zu den Spielen, nämlich Nachbericht Mainz und Vorbericht Darmstadt. Gehen wir rein, wie immer, hier gab es schon ein Fazit, ausführlich gesprochen, im Video, im Stadion-Audio-Vlog zu dem 3-2-1 gegen Mainz 05. Zusammenfassend kann man eigentlich fast sagen, die Jungs haben den Charakter des Spiels angenommen, war glaube ich auch eine Stimme des Spiels danach oder in Zusammenfassung vom VfB selber auch der Wortlaut. 3-1 Heimsieg, nicht überragt, aber halt wie eine Spitzenmannschaft, so ein Spiel halt erledigt, gewonnen. Platz 3 weiterhin verteidigt, einfach auch eine geile Entwicklung, wie wir auch sowas mittlerweile fast als normal entgegennehmen können, sag ich mal. Wie normal das auf einen wirkt mittlerweile fast, dass du so Spiele eben einfach ziehst und gewinnst. An sowas bist du öfter mal früher gescheitert, an so vermeintlichen Pflichtaufgaben. Wie gesagt, auch das ohne irgendwie abgehoben klingen zu wollen oder irgendwas in der Form. Spelt natürlich auch wieder Daten aus dem Podcast statt, aus den Einspielern von mir, ganz klar, aber davor ist wieder ein paar Tweets und so weiter, Geschichten rund ums Spiel. Gerasi-Comeback war natürlich schön, war natürlich geiler Moment, auch als er reinkam, Gänsehaut. Auch er hat geschrieben, back at home, auch das hört man und liest man natürlich sehr, sehr gerne. Unterf hat auch gesagt, das macht übertrieben Spaß, ich glaube, dem kann man einfach nur voll zustimmen. Stenzel einfach auf ganz entspannt eine Masterclass getroppt mit seinen zwei geilen Vorlagen der Kalle. Auch der einfach ein guter Typ. Mittelstelle ist einfach zwei Spiele in Folge getroffen. Auch der muss mittlerweile ganz klar Nationalmannschaftsthema sein, auch das schon mal angesprochen. Mainz jetzt sogar im Nachlauf den Spieler wirklich entlassen. Habe ja davor gesagt vor dem Spiel, dass es leichte Gerüchte gab, ob er wirklich schon das Spiel als Endspiel hat. Hatte er mittlerweile auch schon nachfolgejahr vorgestellt gehabt, Mainz 05, nicht lang gefackelt und wirkt so, als hätten sie das schon gehabt vor dem Spiel. So schnell wie es ging, Montag gefeuert, Dienstag Vorstellung, ich glaube, denen war schon mehr oder minder klar, die kriegt schon gerade noch, aber danach ist er eh raus. Letzte Saison hatten wir nach 21 Spielen 19 Punkte, 14. gewesen, jetzt sind es 43 Punkte und wir sind Dritter. Absoluter Vollwahnsinn und nach Expected Points-Tabelle zu erwartbaren Punkten, den Statistiken da, hätten wir sogar 46 Punkte, nochmal drei Punkte mehr und wären Zweiter, weil Leverkusen da doch schon gut überperformt, wären also Zweiter hinter den Bayern. Nun dann ab, auch wo wir auch schon den Übergang haben von Daten zu Daten, in den Port Cannstatt, hoffentlich schon gehört sowieso, deswegen vielleicht hoffentlich, sag ich mal, doppelt sich es für manche, weil Donnerstagabend oder Donnerstagnachmittag, 16 Uhr natürlich schon veröffentlicht, Port Cannstatt, vielleicht haben wir es da schon gehört von mir. Der 14. Sieg in dieser Saison ist das gewesen, so viel hat der VfB noch nie in den ersten 21 Spielen. Auch bester Saisonstart weiterhin, bauen wir weiter aus, die 43 Punkte. In der letzten Saison, das ist auch krass, letzte Saison wäre man mit dieser Punktzahl richtiger Meisterschafts-Kindart gewesen, nämlich geteilt Spitzenreiter. Letzte Saison, nach den selben Spieltagen, hatten die Plätze 1, 2 und 3 43 Punkte, wie wir jetzt. Und jetzt sind wir halt auf der Punktzahl und sind gefühlt nicht mal in der Nähe von Leverkusen und den Bayern. Dann, damit trotzdem auch das, haben wir nur weniger Abstand auf Platz 1 als auf Platz 7. Auch das ist komplett verwirrt, komplett verrückt, das muss ich ehrlich sagen. Komplett verrückt kommst du nicht ganz drauf klar irgendwie, weil das auch immer mehr halt einfach reinbrennt, wo wir stehen und wo wir eben stehen könnten, auch bis Saisonende. Rechnet man nämlich, kommen wir dazu, den Bundesliga-Punkteschnitt von Sebastian Hoeneß beim VfB auf den Rest der Saison hoch. Also damit meine ich den, seitdem er da ist, seit April, nicht für diese Saison, da wäre sogar nochmal ein Punkt mehr. Die Saison nochmal ein bisschen besser, aber den kompletten Bundesliga-Schnitt, seitdem Hoeneß bei uns ist, nur Bundesliga, kommen wir auf 68 Punkte am Ende der Saison. 68, wenn wir jetzt nur auf diese Saison nehmen, sind es glaube ich sogar 69 Punkte, grob auf abgerundet. Das wäre das beste Ergebnis seit der Meisterschaftssaison 2007, damals hatten wir 70 Punkte und seither war das eben auch immer mehr als genug für die Champions League. Mal Platz 4, Platz 3, Platz 2, aber 68, 69 haben immer gereicht für Champions League. Aber wenn wir die Hochrechnung so machen, wenn es weiterhin so läuft auf dem Niveau, spielen wir tatsächlich Champions League. Muss man der Realität da, der Spruch ist ja meistens ein bisschen negativ, der Realität ins Gesicht sehen, aber hier positiv, was hier abgeht, muss man dem ins Gesicht schauen mittlerweile. Gerasi und Unterf waren bisher zusammen an 31 Toren beteiligt jetzt, auch das ist der absolute Vollwahnsinn. Und damit sind sie nur noch eine einzige Torbeteiligung, einen einzigen Scorer hinter dem noch aktuell besten Liga-Duo Kane und Sané. Und auch da formuliert man es anders, natürlich da viel Kane und ein bisschen Sané noch dazu, deswegen formuliert man es anders, sind die beiden VfBler sogar das beste Duo in Europa. In keinem anderen Klub, in den Top 10 Ligen in Europa, gibt es ein weiteres Duo, bei dem jeweils beide jeweils mindestens 14 Saisortore haben. Das ist der Unterschied bei Kane, sauviele Saisortore. Sané pusht halt noch ein bisschen hoch, aber rein von Saisortoren, Scorer hat natürlich Kane da die Überhand. Hier beide, Gerasi 17 müsste er glaube ich jetzt sein, unter 14 Tore. Das ist schon ordentlich. Und Top-Duo, was das Tore-Schießen angeht, in den Top 10 Ligen Europas. Das ist komplett krass. Trotzdem, wie gesagt, nicht überragt gegen Mainz, aber eben seinen Job erledigt. Mainz hat auch statistisch näher dran, als sie für mich, habe ich auch schon nach dem Stadion gesagt, dass sie statistisch ein bisschen näher dran waren, als es für mich vom Gefühl war im Stadion stehend. Aber 1,75 Expected Goals hatten wir, Mainz 1,6, gar nicht so weit auseinander. Das ist aber uns auch der sechstniedrigste Wert in dieser Saison. Klingt immer, gar nicht so wild, sechstniedrigst. Klingt eigentlich eher cool, wenn es der höchste Wert ist, der zweithöchste. Aber er hat mittlerweile 21 Spiele gemacht. Das ist der sechstniedrigste Wert aus den 21 Spielen. Das ist schon ein bisschen Aussage. Die 7 zu 6 Torschüsse oder Schüsse aufs Tor waren auch der vierthöchste Wert von dem Stuttgarter Gegner. Mainz hat die viertmeisten Torschüsse gegen uns abgefeuert aus den 21 Spielen bisher. Das ist auch schon ordentlich. Aber jetzt kommen wir nämlich zu dem, was auch immer geil und knackig klingt. Saisonrekorde. Zack, rein da. Der VfB in der Intensität. Vor allem 124,5 Kilometer sind sie gelaufen. Mainz 123,3. Das ist bei uns der höchste VfB-Wert in dieser Saison aus den 21 Spielen. Und auch der zweithöchste vom VfB-Gegner. Die gelaufene Distanz von Mainz. Die 127 gewonnenen Zweikämpfe. Bei Mainz sind es 106. Waren bei uns auch wieder die meisten in einem einzigen Spiel in dieser Saison. 12,5 Kilometer von Karasor individuell gelaufen. Sind der zweithöchste Wert hinter Mittelstadt in Frankfurt. Der hat da einfach eine ganz wahnsinnige Leistung gebracht, was die Intensität angeht. Was auch als nächstes noch zeigt, das letzte zeigt zum Mainz-Spiel. Weil auch bei den 21 gewonnenen Zweikämpfen ist es so. Karasor 21 gewonnen gegen Mainz. Das ist Platz 2 in der Saison. Individuell beim VfB. Mittelstadt dann noch mehr in Frankfurt. Das weiter auf der 1, seine Performance dort. Gehen wir weiter zu Darmstadt gegen den VfB, was morgen ansteht. Natürlich hier vor allem immer direkt die Pressekonferenz von vorm Spiel, vom Donnerstag. Später auch da wieder natürlich Daten dazu, ist ja klar. Silas erstmal, wie Haraguchi, ist zu beglückwünschen. Auch da ist ein Kind auf die Welt gekommen. Auf jeden Fall das auch schön. Personal-Update ist diesmal ziemlich lang geworden tatsächlich. Nübel fällt weiter aus. Predlo spielt wahrscheinlich dann. Hüftproblematik bei Nübel. Da geht wohl die Flüssigkeit, die da raus müsste, nicht so schnell raus, wie man sich das erhofft. Roux wurde am Montag tatsächlich operiert mit Nase. Der hat erstmal mit Maske gespielt und sowas. Jetzt wurde er operiert und fällt deswegen aus für morgen. Silas ist zwar zurück nach dem Afrika Cup. Die haben ja Spielplatz 3 noch verloren mit dem Kongo. Aber noch sehr großes Fahrgezeichen, so wie es Hoeneß formuliert hat. Reise, Strapazen, dies, das ist K.O. Der Mann, deswegen vielleicht nicht mal Bank, aber vielleicht maximal Bank für Darmstadt. Zagadou wurde operiert. Lief auch das alles nach Plan, auch das gute Nachrichten. Und es gab sogar ein Update für Nikolas Nathai. Der ist auch seit Ewigkeiten verletzt. Keine Rolle gespielt. Nach schöner Vorbereitung verletzt. Er ist jetzt wieder in Stuttgart und auch da in guter Verfassung, was ihn generell angeht. Verletzungsmäßig jetzt nichts, wo er nächsten Spieltag spielt natürlich. Weil der Knorpelschaden, was es ja ist bei ihm, scheint echt hart zu sein. Er wird zur neuen Saison voll einsteigen. Das ist der aktuelle Plan. Das heißt, das Ding wirft ihn die gesamte Saison weg. Das ist unglaublich. Das ist richtig hart für Nathai. Er wird zur neuen Saison voll einsteigen. Und sagt auch Hoeneß so, alles, was früher ist, ist Bonus, hat er gesagt. Freut sich aber auch natürlich, dass Nathai wieder da ist. Kalle Stenzel wurde gelobt. Auch das natürlich zu Recht. Spieler, den sich jeder Trainer wünscht, sagt er. Einstellung, Disziplin, Professionalität, Teamgedanke, klare Worte. Und als Außenverteidiger spielt er gerade einfach eine Spielmacherrolle. Also Hoeneß sehr, sehr happy. Wir, glaube ich, auch. Ebenfalls Lob zur Mittelstadt. Auch das richtig und wichtig und hoch verdient. Top-Transfer wurde betitelt. Mit Vollgas gibt er im Training einen Teamplayer. Auch selber ein angenehmer Typ. Nehme ich auch komplett ab. Auch bei Stenzel natürlich. Sehr schöne Worte von Hoeneß zu den beiden. Aufstellungstipp damit. Recht klar, würde ich sagen. Zumindest auf jeden Fall hinten. Bredlo, Stenzel, Anton, Ito, Mittelstädt. Davor Karasor, Stiller. Dürft recht klar sein. Dann ist halt die Frage, wie fit ist ein Gerasi für den Startelf? Wie plant das Hoeneß? Wie hat er sich so im Kopf? Klatschen wir mit dem Doppelsturm rein. Das ist natürlich qualitativ der absolute Wahnsinn. Dann wäre, wie gesagt, vorhin mit dem Duo Undaf-Gerasi. Weil dann können wir natürlich Gerasi vorne reinstellen. Dahinter Undaf. Dann links führe ich rechts Mio-mäßig. Wenn du doch kein Gerasi spielst, dann kannst du spielen wie gegen Mainz. Und bringst halt ein Leveling. Das ist so ein bisschen die Frage. Aber eines Tages kann er es von mir aus gefühlt machen, wie er will. Das Niveau ist gut genug, was auf dem Platz steht. In Darmstadt auf jeden Fall. Die Herangehensweise, Stimme zum Gegner von Hoeneß ist ähnlich wie vor meinem Spiel. Auch logischerweise, Darmstadt wird eklig. Dazu noch ein Auswärtsspiel. Auch das war schon ein paar Mal doof gespielt. Heidenheim, Gladbach, Bochum. So Geschichten. Auf jeden Fall muss man da ein bisschen aufpassen bei uns in der Saison bisher. Hat er auch gesagt, es gibt keine leicht munsiger Spiele. Das ist auch so eine Fraße. Aber die stimmt halt natürlich auch. Wie immer sehr angenehm von Hoeneß einsortiert. Brauche ich auch fast nicht mehr dazu sagen. Aber einfach jedes Mal wunderbar. Körperlich und mental muss man bei 100% sein, sagt er nochmal. Und damit kommen wir jetzt rein in die Podkannstadt-Daten. Auch da wird immer der Hinweis zum Podkannstadt. Generell, da wo ich ja auch gerade am Start bin, mein VfB, YouTube, der WhatsApp-Kanal wächst, Instagram, was ich mache und so Geschichten. Gerne alles abchecken, falls noch nicht getan. Die nächste, deswegen, Thema Vergleich zu Mainz. Auf dem Papier sehr klare Partie steht an. Mainz war 17. Jetzt kommen wir zum 18. nach Darmstadt. Platz 18 mit 12 Punkten gegen Platz 3 mit 43 Punkten. Auswärts bei Lilien sind es insgesamt sechs Spiele. Zwei Siege, drei Remis, eine Niederlage. Und zuletzt waren es ligaübergreifend drei Unentschieden und davor ein Sieg 1979. Also das ist schon alles ein bisschen länger her. Nicht so oft gegen Darmstadt. Natürlich, weil die mehr in der zweiten Liga da auch verbracht haben. Aber, sag mal so, auch von Heimspielen mäßig. Letztes Spiel von Gomez weiß ich noch. Zweite Liga dann noch sinnlos verloren, wo wir aufgestiegen sind. Darmstadt ist schon statistisch, glaube ich, ein bisschen ekliger zu spielen. Bilanzmäßig ekliger zu spielen oder ekliger zu lesen, sage ich mal zumindest. In der Heimtabelle ist der Aufsteiger auf dem letzten Platz. Auch da ein Sieg und nur fünf Punkte in neun Spielen. Wir immerhin auf Platz sieben in der Außertabelle. Vier Siege, vier Pleiten in acht Spielen. Letzter Sieg von Darmstadt 98 war am siebten Spieltag Anfang Oktober. Das ist schon heavy. Bei Mainz hatten wir, glaube ich, Anfang November. Das ist auch wieder so eine Zahl. Das ist ja logisch, die stecken halt da unten drin. Abschiebskampf, abschiebsgefährdet, aber komplett. Darmstadt auch nochmal einen Ticken mehr als Mainz, würde ich behaupten. Topscorer Skarke, auch noch gelb gesperrt. Sechs Tore, zwei Vorlagen. Auch ganz witzig. Unser Ex-Spieler Maglitsa ist auch gelb gesperrt. Auch der, auf den treffen wir nicht. Der einzige Ex-Spieler, auf den wir treffen, ist Luca Pfeiffer noch. Mal gucken, ob er spielt. Da eben die typische Gefahr von, oh, er trifft der Ex-Spieler. Mit Luca Pfeiffer wird tatsächlich auch kein Ex-Darmstädter im Kader. Das ist nur auf Darmstädter Seite bei uns. Die tabellarische Klarheit stellt sich logischerweise auch in den Bundesliga-Vergleichen dar, die ich immer wieder bringe. Passquote, Platz 11 Darmstadt, wir, Platz 3. Ballbesitz, Platz 10 gegen Platz 3. Insgesamt gewinnene Zweikämpfe, Platz 18 gegen 3. Das ist natürlich auch heavy. Abstiegskampf, das sind so Statistiken. Da darf es doch nicht 18. sein, als im Abstiegskampf. Sind sie aber, Darmstadt, wir, Platz 3 sogar. Gleichauf zumindest mal in den Kopfballduellen. Platz 10 gegen 11, also da recht oben auf. Geht nicht um die Quote, wie man sie gewinnt, sondern die insgesamt gewonnenen. In den Karten und Fouls bleibt der VfB fair. Wir bleiben da, Platz 18 und 16. Darmstadt, logischerweise, Abstiegskampf, bisschen rupiger. Platz 4 und Platz 3. Als Aufsteiger mal ein bisschen Nerven, ein bisschen rangehen. Auch logisch. Und eben, wie sie auch in den gewonnenen Zweikämpfen, auch das nochmal, in Kategorien, wo du eben als Aufsteiger oder als Mannschaft im Abschiedskampf generell ein bisschen, ja, da abliefern solltest, sind die Darmstädter das Schlusslicht. Oder normalerweise abliefern solltest. Also Daten, die du normalerweise in solchen Klubs eben zusteckst. Platz 18 in der Laufdistanz. Platz 18 in den Sprints. Platz 18 in den intensiven Läufen. Das ist schon heavy. Wir sind da auch nicht Weltklasse, ne? Wir sind da Platz 11, Platz 13 und 13. Aber natürlich ein bisschen besser. Ich glaube, die Soplatzierungen würden Darmstadt besser zu Gesicht stehen für ihre Saison, als da überall auch das Schlusslicht zu sein, auf jeden Fall. Und ja, am Samstag gehen wir auch als klarer Favorit in die Partie. Ist einfach so tabellarisch. Und auch das noch hier zum Abschluss von den Burkantstadt-Einspielern. Habe ich auch wahrscheinlich schon dann vor der Saison oder in der Hinrunde besser gesagt angesprochen zu Darmstadt. Wir haben da echt eine schwache Serie, was Aufsteiger angeht. Das ist echt peinlich. Und in meinen letzten Saison hast du ja gesehen, ne? Wenn du gerade solche Spiele nicht gewinnst, dann steckst du natürlich unten drin, was wir die ganze Zeit getan haben. Wir haben nur eines, der VfB hat nur eines, der letzten neun, neun Bundesliga-Spiele gegen einen Aufsteiger gewonnen. Und das war eben das 3-1 gegen Darmstadt in der Hinrunde, der 3-2-1-Heimsieg. Davor war es dann irgendwann mal erster Spieltag 5-0 gegen Fürth. Seither verloren oder unentschieden. Das ist echt eine schwache Serie, die es weitergibt aufzuwerten mit einem Sieg als in Darmstadt eben. Und hier, das ist dann eigene Meinung, eigene Prognose mäßig. Auch hier ist es halt wieder schwieriger Spagat zwischen Bleiben auf dem Boden, ne? Was wir sowieso müssen. Gibt keine einfachen Spiele und so weiter. Plus eben gleichermaßen, auch das kann man ja fairerweise einfach so sagen. Bei der Tabellensituation, wenn man wirklich nach Europa will, Punkte voll hochgerechnet, dies, das. Ist das ein Pflichtsieg? So simpel ist es ja. Das ist einfach eine Pflichtaufgabe. Die musst du auch nicht schön bewältigen. Du musst eigentlich nur mit 0-5 gewinnen. Völlig wurscht. Kramp von mir ist 0-1 hin. Aber du solltest halt in Darmstadt auf jeden Fall nicht verlieren. Punkte lassen nicht, ne? Deswegen auf den tippe ich auch. Werde morgen streamen. Ist ja klar, gerne dazukommen. Ab so, ja, 15-15-mäßig, 15-30-Anpfiff, ne? Gern zusammenkommen. Wieder hier in den Stream ein bisschen überspielschreiben. Und, ja, ähnlich wie die Aufgaben bei Union und in Köln-mäßig tippe ich auf 0-2 für uns. 0-2, 2-0-Sieg in Darmstadt. Und zum Abschluss noch, wie immer, die Tipps zum 22. Spieltag dann schon. Köln-Freitagabend-Spiel. Kriege ich auch noch rechtzeitig hin, das hier quasi aufzunehmen, bevor das Spiel stattfindet. Also auch da auf einer sicheren Seite. Das ist hier kein Verarsch. Köln 2-1 gegen Bremen. Tippe ich mal. Bremen natürlich jetzt auch, ne? Heidenheim war ein bisschen eklig da zu Hause zu verlieren mit dem ganzen Hype. Um die, ja, hier, hier, 125 Jahre waren es ja, glaube ich. Deswegen vielleicht auch da irgendwie tippe ich immer gern auf Köln, weil ich die eigentlich schon gerne in der Liga halten würde. Kann auch gut sein, dass ich hier in den Unschieden würde. Ich habe auch mal auf 2-1 getippt. Und jetzt kommen sowieso auch viele Unschieden. Ich habe es schon mal gemacht vor kurzem. Bin ich wirklich gut gefahren damit. Und es ist auch jetzt kein Quatsch oder sowas, was ich hier tippen will, ne? Natürlich kann es auch bei Unschieden variieren, ne? 1-1, 0-0, 2-2. Jetzt kommen einige 1-1. Wolfsburg-Dortmund, 1-1. Mainz-Augsburg, 1-1. Hoffenheim-Union, 1-1. Und auch das hier, ein bisschen Überraschungstipp, ne? Ihr wisst, brauchen ein paar Punkte. Letzte Wochen waren echt gute Tippspieler, brauchen auch trotzdem ein paar Punkte, um vielleicht noch ein bisschen höher zu kommen. So ein paar Punkte, die vielleicht manche dann eben nicht machen. Bei so Risikotipps, Heidenheim-Leverkusen, 1-1. Aber auch da natürlich ein bisschen Überraschungstipp. Aber andererseits glaube ich da auch so ein bisschen dran. In dem Sinne, dass es so ein bisschen der Klassiker wäre. Die haben ja gefühlt die Meisterschaft gefeiert nach dem richtig starken Sieg gegen die Bayern. Auch da habe ich nochmal gesagt, ja, nach dem Spiel oder vor dem Spiel, glaube ich, vor Mainz, dass Undarf ja recht hatte mit seiner Aussage, ne? Dass die besten Mannschaften genan gespielt haben im Pokal. Weil, wie sie Bayern haben abschlachten lassen, wirklich chancenlos waren in Leverkusen. Das war was anderes bei uns. Wir haben das deutlich bessere Spiel gemacht in Leverkusen. Das sollte ganz, ganz klar sein. Aber es wäre so ein bisschen der Klassiker, zu sagen, jo, wir haben so ein bisschen Meisterschaft fast gefeiert gegen die Bayern. Und dann spielst du eben nur 1-1 in Heidenheim. Da ist eklig, haben wir auch verloren. Dortmund, glaube ich, auch nur einen Punkt geholt. Heidenheim-Auswärts ist eklig. Die spielen auch oben gerade tatsächlich fast um Europa mit Heidenheim. Absoluter Wahnsinn. Deswegen 1-1 da natürlich Risiko. Aber andererseits kann ich es mir irgendwie auch herleiten oder fast denken. Deswegen tippe ich es auch so. Und ey, wenn es Leverkusen wirklich auch da packt, auch über Heidenheim entspannt 0-2 oder so drüber zu laufen, dann werden die ihren Weg wahrscheinlich echt gehen. Deswegen auch das natürlich wieder so ein bisschen richtungsweisend. Und wieder natürlich 0-2 in Darmstadt. Abendspiel ist Leipzig. 2-0 gegen Gladbach, sage ich. Freiburg-Frankfurt, das nächste 1-1. Klubs, mit denen ich beide nicht so ganz weiß, wo sie hinwollen. Denn auch in der Europa League oder Conference League dann eben waren es auch so Weiß-nicht-wo-du-hin-willst-Spiele. Deswegen auch so ein Weiß-nicht-wo-du-hin-willst-Ergebnis. 1-1. Und Bochum, auch das nochmal Risikotipp. Wobei es, glaube ich, echt einige machen werden. Aber normalerweise sollten die Bayern schon wieder irgendwie klarkommen. Aber jetzt auch nach dem Champions-League-Ding in Lazio, in Leverkusen, tippe ich drauf. Bochum tritt die weiter ins Loch. Haben sie schon mal getan. Irgendwann die Bayern geschlagen auf jeden Fall. Bochum tritt die ins Loch. 2-1 Heimsieg von Bochum gegen die Bayern. Schauen wir mal, wie es lief. Wie gesagt, letzten Wochen lief es eigentlich gar nicht mehr so schlecht im Tippspiel. Immer besser geworden. Oder zumindest das Niveau besser gehalten als davor. Deswegen weiß ich nicht, was dabei rumkommt. Und damit, wie immer, eure Kommentare, Meinung, Prognose, alles in die Kommentare runter. Ist ganz klare Geschichte. Auch hier wieder alle Quellen. Links, schieß mich tot, in der Videobeschreibung. Im Sammel-Link auch ganz klare Geschichte. Gehen auch die anderen Parts angucken. Falls ihr nicht getan habt, was das erste ist, was ihr hier schaut. Gehen auch die anderen zwei Parts noch angucken. Dann, wie immer, hier natürlich auch wieder vielen Dank fürs Zuhören vor allem. Gleichzeitig auch fürs Zuschauen. Das ist ja immer noch auch auf einer Videoplattform mit YouTube. Aber eben auch auf Spotify und sowas. Und man kann es ja auch so einfach nebenher laufen lassen. Werden, glaube ich, die meisten tun wahrscheinlich, wenn es so ein Standbild ist. Und natürlich auch, wie immer noch, zum Abschluss gerne kostenlos Like und Abonnenten lassen. Ganz klare Geschichte. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.